Grüß euch! Ich bin schon wieder beim Arbeiten. Ich muss nämlich meine Sachen, die was ich mit der Fräsen ausschneue, ein bisschen nachschleifen mit der Hand, dass sich keiner wehtun kann oder dass ein Spann oben ist. Ja, es geht auch wieder Richtung Weihnachten zu und ich bin schon fleißig am Fräsen, in der Weihnachtsfräserei. Und so werden wir halt einfach irgendwann fertig werden. Das wird auch ein Dackel. Schaut doch lieber aus, oder? Ein Wischen ist ja klar. Also, es geht auch darum, bis zum Schluss. Musik 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 Musik